Moin und hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Wir haben es Freitag den 12. um 6 Uhr. Wir haben 1576 G. Ich stehe erstmal auf hier, gucken was so... Was gibt's denn so? Fortune-Telling. Spirits unterhalten sich? Ja, was gibt's denn so? Was erzählen sie so? Extra-Luck finde ich gut. Da gucken wir mal, was geht. Oh, guck mal hier, Schmetterling. Yay, sag mal. Ähm, kann ich die, ähm, ach so. Warte mal, so. Nein, nein, da. Komm, wir nehmen mal das ganze Zeug mit hier. Ist alles fertig, sehr gut. Ist ja wieder, man, man, man ist hier viel Arbeit, ey. Wer hat sich das bloß alles aufgeheizt? Du, ne? Du hast dir das aufgeheizt hier, ne? Komm, wir sammeln mal den ganzen Hopfen da ein. Würde ich jetzt gerne ein bisschen Bier bauen, muss ich es so geben hier. Zack, zack, zack. Guck mal, wir haben ja richtig reiche Ernte. Tomaten haben wir ja auch noch. Sehr schön. Finde ich gut. Kriege ich das Zeug noch mit? Nein. Mit dem Taskforce. Was habe ich denn alles? Wir haben Tomaten. Goldene Tomaten. Diese Tomaten. Alles nur Tomaten. Was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich im Community Center noch irgendwas? Da brauche ich Tomaten. Das ist, äh, Animal Bundle stimmt. Animal Bundle, wo ich das gerade sehe. Hier, wir haben ja noch die, die Hühner, die, z.B. die Küken. Die brauchen ja auch was zu futtern. Da muss ich dann mal gucken. Ich muss bei Mani noch vorbeischauen. Na, mal gucken wir mal. Wir haben es schon 7 Uhr und noch nichts geschafft hier. Den Hopfen mache ich da mal komplett rein. Dann die Tomaten behalten wir mal. Ich weiß nicht, den Korn und sowas. Weiß ich noch nicht. Das können wir auf jeden Fall da rein machen, hoffentlich. Ich schmeiße es da immer rein. Oder irgendwann brauchst du doch jemanden. Dann habe ich es nicht mehr. Egal. Komm, wir sammeln diese Sachen gerade noch ein. Zack, zack, zack. Ein paar gute Peperonis hier. So. Die. Weiß ich nicht, ob die einer gebraucht hat. Komm, ich packe das mal weg. Ich brauche eigentlich... Ich habe keinen Platz mehr. Ich brauche echt mehr Platz hier. Die können wir da reinschmeißen. Das muss ich gucken. Dann gießen wir mal. So. Im Garten. Fröhlich arbeiten. Naja, eigentlich auf dem Feld eher. Garten habe ich leider noch nicht. Hätte ich gerne auch noch hier. So ein bisschen so mit... Wie heißt es? Ähm... Für ein Pavillon? Hey, da habe ich nicht gegossen. Wieso nicht? Das muss alles seine Ordnung haben hier. So. Tomaten kriegen auch noch ein bisschen was. Boah, ist doch schön in der 9 Uhr. Noch nicht gefrühstückt hier. Kommt schon, die kriegen wir noch fertig. Sehr gut. Und hoffen siehe ich jetzt nicht. Habe ich das? Doch, da an der Seite kann ich es erkennen. Den habe ich nicht. Jetzt aber. Komm schon. Zack, zack, zack. Sehr schön. Das kriegen wir jetzt auch noch hin hier im Endspurt. Ich muss ja drüben auch noch alles gießen, ne? Diese Mixed Seeds. Ich weiß ja nicht, was da alles drin ist. Bin ja mal gespannt. Da sehen auch einige so komisch aus, als wenn die irgendwie verdorren. Hier habe ich das Gefühl. So, du auch noch. Dich auch noch. Kriege ich noch eine Reihe hin hier. Das wäre zumindest schön, wenn ich das reinkriege würde. Wir haben schon 10 Uhr. Ich bin hier echt den ganzen Tag beschäftigt. Den ganzen Vormittag zumindest. Kein Wasser mehr. Nein, du sollst hier was rausnehmen. So. Ich würde auch gerne mal einen Boden bauen. Muss ich mal gucken, wo ich den stelle. Dann muss ich hier Robin nochmal Bescheid sagen. Mal schauen. Und am Häuschen würde ich auch gerne noch basteln hier. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld. Ich hoffe ja, das klappt dann bald. Mal schauen. So, alles gegossen. Wo bist du, Kussi? Bist du schon da irgendwo unterwegs? Ich sehe das doch. Da bist du, ne? Ja, super Hund. Ein bisschen Wasser noch hier. Ich würde dir ja gerne was zu essen geben. Aber irgendwie gibt es nichts für dich zu essen, wa? So, dann schauen wir mal im Community Center vorbei. Und Holz muss ich noch besorgen. Ich würde gerne noch eine Kiste haben. Da muss ich mal gucken, was ich dafür brauche eigentlich. Muss ich gleich mal gucken. Erstmal ins Community Center, bevor ich das vergesse. Das haben wir dann noch schnell rein, die Tomate. Klingt nämlich falsch, aber ja. Einfach so gegen die Wand geschmissen. So, ja. Da hast du. Bin aber gespannt, wie die Bude nachher aussieht. Ich hoffe, wir kriegen das dann hin, wenn wir so ein bisschen was fertig haben, dass sich hier auch was ändert. Das wäre cool. Genau, ich gieße erstmal das Buch und dann mache ich hier mal so eine Tomate rein. So, da. Und dann bin ich auch schnell weg. Und tschüss. Mein, der Fußboden sieht echt fettig aus hier. So, gucken wir mal. Dann gehen wir mal bei Pierre noch vorbei. Hi, Jodie. Tja, da hat's Pierre natürlich nicht einfach, ne? Aber ich sag mal, das kann sich auch nicht jeder leisten, leider hier, ne? Oh, was kommt jetzt? Ich bin in Abigails Raum. Der Abigail ist ein wenig sauer. Ne, genervt. Ich creep mich erstmal nicht ran. Hi, Abigail. Ich creep noch ein bisschen näher. Entschuldige. Ich seh grad, du hast einen Hamster. Das hast du ja letztes Mal erwähnt. Cool. Journey of the Prairie King. Okay. Naja, ich bin in einigen Spielen auch nicht so gut. Und, äh, wenn man einen schlechten Tag hat manchmal, kann's noch schwieriger werden. Du willst es unbedingt schaffen, oder, Abigail? Ach was? Glaube ich nicht. Ich glaub nicht, dass du so schlecht da drin bist. Äh, ich? Wär cool. Ja, warum nicht? Ich hoffe, ich krieg das hin. Ähm. Das ist ein SNES, Mann. Ich seh das doch. Ich hab das genau gesehen hier. Oh je. Ich bin, ich bin rot. Okay. B, A, S, D. Steuerung. Okay. Okay. Ich hab keine Ahnung, aber... Oh. Nein. Nicht gut. Nochmal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein, Abigail. Abigail. Nein. Lass mich nicht. Lass mich im Stich. Ich bin noch nicht so gut. Das war grad ein bisschen viel. Komm schon, Abigail. Wir müssen das hinkriegen. Oh, oh, oh. Nein. Oh. Das Item wurde ausgelöst. Das hätten wir jetzt gebrauchen können. Nein, Abigail. Wir müssen das hinkriegen. Oh. Komm schon. Komm schon. Ich will das hinkriegen. Wir müssen das hinkriegen. Oh. Hälfte haben wir geschafft. Abigail. Abigail. Vorsicht. Nein. Ah. Wir sind gestorben. Nein. Oh nein. Wir haben nur noch ein Leben. Komm schon. Wir müssen das hinkriegen, Abigail. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Ah. Dammit. Das müssen wir mal hinkriegen. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich war total schlecht. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf.